So, willkommen zurück zu Dawn of Man. Ähm, ja, letzte Folge haben wir es ja geschafft, extremst viel frei zu spielen und es geht gerade weiter. Das ist mal richtig abnormal. Ähm, du machst gar nichts, ja, Gebaum fällen, wir brauchen wieder Holz. Du machst auch nichts, Gebaum fällen. Du machst auch nichts, Gebaum fällen. Äh, ja, du machst auch nichts, Gebaum fällen. So, wir haben nur wenig Nahrung, das ist mir schon klar. Bloß, ich kann keine Tiere fangen, wenn hier keine auftauchen. Das ist das Beschissene. Würden hier in der Nähe wenigstens Tiere auftauchen, würde ich ja sagen, ich schicke mir alle auf die Jagd. Aber hier ist ja rein gar nichts, hier ist überall tote Hose. Wow, da hinten sind ein paar Wehren. Das war's. Das war's auch schön. Und meine Hunde werde ich nicht töten. Das könnt ihr vergessen. So, oh, wir haben wieder, oh, so, jetzt können wir nämlich demnächst, ähm, hier gar nichts. Heu, haha, toll, wir können Heu-Haufen machen. Äh, äh, ja, das war's. Was machst denn du da? Nichts, du kannst mal hier runterkommen und sammeln. Und da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ähm, stopp, Horn. Da ist der Bär. Den werden wir jetzt so umklatschen. Da unten ist eine Potsau, die werden wir auch umklatschen. Ernsthaft? Was bist denn du? Warum macht man sowas, bitteschön? Warum? Meine Güte. Was haben wir hier noch? Wölfe. Uh. Das bringt wieder alles gut. Nahrung und Leder. Alles das, was wir benötigen. Gut. Und hier gibt es wieder drei Jungtiere. Das gefällt mir auch. So, da hin. Die Jungtiere kommen nämlich gleich wieder. Hoffe ich zumindest mal. Äh, hallo? Ja gut, den Rest lassen wir hier machen. Die fahren da hin, um das Zeug zu holen. Das ist sehr gut. Ähm, und ein Laufgeschwindigkeit natürlich. Wir haben überhaupt keine Nahrung mehr. Warum das? Was machen die hier alle? Kein Werkzeug verfügbar. Warum? Der muss dann ins Bettchen schlafen gehen. Äh, ja. Hier, geh mal Baum umhauen. Ein Sturm zieht auf. Ja gut, soll er machen. Spielgeschwindigkeit bleibt trotzdem erst mal auf 8. Ich hab gesagt auf 8. Hier, kommt, ihr könnt hier, äh, Bäume umhauen. Die da hinten brauchen wir überhaupt nicht. So, da ist der Sturm vorbei. Ja, wir sind ja schon dabei, Nahrung zu organisieren. Mann, Mann, Mann. Kriegt euch ein. Aber, stopp mal. Ist jetzt nicht mehr die Bernzeit? Also hier, genau. Wo sind die dämischen verkackten Kinder? Ähm. Kinder? Da ist ein Kind. Du gehst das da sammeln. Das ist das nächste Kind. Du gehst das da sammeln. Der steht faul rum. Der kann Holz sammeln. Was machst denn du da? Sollts doch Himbeeren sammeln gehen. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Nahrung. Und das ist ein kleines Zwer. Du kannst die dort sammeln. Ja, wir haben gleich wieder Nahrung. Ja, wir haben gleich wieder Nahrung. Ich muss die dort machen. Ich muss die dort machen. Du gehst dort sammeln. Ich muss die da sammeln. Ja, wir haben gleich wieder Nahrung. Ich muss die da sammeln. 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 Und da war der Bär tot. Da war der Bär down. Gibt aber wieder Fleisch und Leder. Alles, was wir brauchen. So, wir haben den Punkt für das Bauwerk totem bekommen. Und jetzt gibt es den nächsten Punkt für das Lager. Ja. So, was machst du nix hier? Baum kaputt. Du kommst da hin sammeln. Wo ist das andere Kind? Was machst du nix? Du gehst dort hin sammeln. Was machst du? Nix. Du kannst dahinter angeln gehen. Du gehst den Baum umhauen. Du machst überhaupt nichts. Faultes Stück. Du gehst dort hin. Du willst zum Zelt gehen. Das kannst du gleich vergessen. Du gehst dort hin. Was macht der? Nix. Der macht. Der holt getrocknete Haut. Du gehst dort hin. Wandert umher. Nee, du kannst den Baum hier umhauen. Wir haben wenigstens ein bisschen Holz, was wir verkaufen können, wenn der Wanderer wieder kommt. Der Wanderhändler. Was macht der da? Steht ernsthaft dumm rum? Ernsthaft? Ernsthaft? Der steht nur dumm rum. Und der da? Steht einfach auch ein dumm rum. Warum? Naja gut. Da hinten gehen Pferde baden. Okay. Hä? Wie? Wie? Ernsthaft? So viele Leute, dass die so viel Nahrung verbrauchen? Das ist ja schlimm. Ach nee, die Sichel kann ich noch gar nicht herstellen. Nee. Schade. Sonst hätt ich jetzt Getreide gefahnt. So, du stehst nur dumm rum. Du machst ohne wirklich was. Ja, das ist halt ärgerlich hier. So, dann auf jeden Fall hier. Einmal dort hin. Und einmal da hin. Ja, da ist jemand gestorben und Altersschwäche. Sparen wir wieder eh Normalzeit ein. Hm. Die stehen hier halt einfach wirklich bloß dumm rum. Die Leute. Die wissen nichts mit sich anzufangen. Da ist der nächste gestorben. Was machst du? Du stehst halt einfach bloß faul rum. Warum? Dude, warum? 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 Gut, da brauchen wir noch ein bisschen was. Warum stehst du jetzt so faul? Ach, geh doch fischen, du Knallkopf. Ja gut, das war es aber mit der heutigen Folge. Ich speichere jetzt kurz ab. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleib entspannt, genieß den Tag und bye bye.